Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner. Dabei ist das folgende ein Highlight-Ausschnitt, der ausschließlich das zeigt, was ihr jetzt wissen wollt. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Zudem haben wir viele hilfreiche Lernhilfen, unter anderem auch Videos über die gesamte Vorklinik, als Kurs für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne rein und jetzt viel Spaß mit dem Video. Innovation. Wichtig ist dabei, dass wir grundsätzlich unterscheiden zwischen sympathischer Innovation und parasympathischer Innovation. Bei der sympathischen Innovation ist es so, dass der Nervus splanicus major mit 5 bis 9 Grenzstrangganglien hindurchläuft und das ganze präganglionäre, sympathische Fasern dann als Nervus splanicus major bezeichnet wird. Das heißt, da haben wir diese thorakalen Grenzstrangganglien einmal begrenzt. Dabei ziehen die Strukturen dann über die Interkostalgefäße und die Vena azugus schräg nach vorn, unten. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Und außerdem ist es so, dass aus den Ganglien 10, aber auch 11, dann die Nervus splanicus minor hervorgehen, also die Fasern dieses Nerven. Und wir haben bei der Verschaltung der präwertbaren Ganglien dann die Fasern, für die der Magen im Ganglion coliaecom verschaltet ist und dort treten sie dann an den Magen heran. Ganz wichtig, die Funktion des Sympathikus, sicherlich schon bekannt, hemmt unter anderem die Magenperistaltik und reduziert die Magensaftsekretion. Das also zu der sympathischen Innovation. Kommen wir aber dann zur parasympathischen Innovation, die nicht nur prüfungsrelevanter ist, sondern auch generell durchaus interessanter ist, gerade beim Magen. Und zwar ist es so, dass die parasympathische Versorgung des Magens über den linken und rechten Nervus vagus erfolgt. Das heißt, wir haben zwei Nervi, die hier relevant sind. Diese bilden dann den Plexus oesophagus und daraus kommt dann der Truncus vagalis anterior und posterior. Und diese haben natürlich auch eine wichtige Funktion. Insofern, als dass der Truncus vagus anterior vom Oesophagus zum Abdomen zieht und der posterior dann als rechter Nervus vagus in die Hinterfläche des Magens verläuft und dort dann den Plexus coelicus bildet. Das heißt, ganz wichtig ist, dass er dann mit weiteren Ästen in Richtung Plexus coelicus zieht. Und die Funktion dieser parasympathischen Innovation ist dabei die Förderung der Magenperistaltik, also auch hier erneut, was wir auch bei der sympathischen Innovation schon vorfinden konnten, und die Sekretion bzw. Vermehrung der Sekretion von Magensaft sowie aber auch Salzsäure. Wichtig ist auch, dass bei einem Durchbruch eines Magenölkurs in der Peritonealhöhe es durchaus zu starken Schmerzen kommen kann und dementsprechend eine reflektorische Abwehrspannung erfolgt. Und die Nervus intercostalis bilden dabei den Afferenten und Efferenten-Schenkel dieses entsprechenden Vorgangs. Dass also die Sympathische Innovation sowie aber auch Parasympathische Innovation typischerweise etwas schwieriger zu verstehen, gerade bei ANA2 in diesem Fall, wenn es um die inneren Organe geht, wird meistens bewusster, wenn wir uns dann auch mit den weiteren anatomischen Grundgegebenheiten beschäftigen. Nun war es mit dem Highlight-Part. Das heißt, ihr habt jetzt den Ausschnitt gesehen, der für euch relevant war, nachdem ihr auf das Video geklickt habt. Natürlich haben wir aber noch viele weitere interessante Inhalte zu genau diesem Thema. Falls euch die interessieren, bleibt jetzt einfach dran und dabei ganz viel Spaß. Let's go! Kommen wir dann aber auch zu einem etwas einfacheren Thema, der Gefäßversorgung. Da unterscheiden wir grundsätzlich zwischen arterieller Versorgung, venösem Blutabfluss sowie den Lymphgefäßen. An dieser Stelle können wir die Lymphgefäße eigentlich relativ entspannt schon mal abschließen. Die Lymphgefäße entsprechen dem Verlauf der Arterien. Das heißt, bei den Lymphgefäßen erwarten uns keine großen Besonderheiten. Wir haben den Verlauf entsprechend der großen und kleinen Kuvertur. Dabei unterteilt man das Ganze in vier Regionen, die dann jeweils regionale Lymphknoten zugeordnet sind und dann entsprechende verschiedene Sammelstellen, wo die Lymphe dann weiter über Vasa-Eferentia entlang der großen Arterienzentripetal zu den Nervokulieki verläuft. Also das ist kein großes Thema. Viel interessanter ist da die arterielle Versorgung. Bei der arteriellen Versorgung ist es tatsächlich so, dass wir den Truncus coelicas haben mit der Arteria gastrica sinistra sowie Arteria gastrica dextra. Dabei verlaufen diese entlang der kleinen Kuvertur und versorgen diese entsprechend auch aus der Arteria lienalis, also der Arteria splenica, die wir ja hier auch einmal erwähnt haben, ziehen aus dem dann vier bis fünf Arteria gastrica brevis zum Magenfundus. Also so findet da die entsprechende arterielle Versorgung beim Fundus statt. Außerdem haben wir die Arteria gastrica sinistra, die grundsätzlich entsprechend der kleinen Kuvertur verläuft und dann an der Hinterfläche des Magens angreifend an die Bursa augmentalis zu verorten ist und von dort aus zu weiteren Kardia-Regionen sich aufteilt. Der Verlauf der Arteria gastro-mentalis dextra und sinistra ist dabei etwas anders. Hier ist es nämlich so, dass sie entlang der großen Kuvertur verlaufen, des Magens verlaufen, die Arteria gastro-mentalis sinistra und dextra entsprechen. Man kann sich das Ganze relativ einfach merken, indem man einfach guckt, was das längere Wort ist und dementsprechend wisst ihr dann, okay, die Arteria gastrica dextra sowie sinistra verlaufen entlang der kleinen Kuvertur. Die Arteria gastro-mentalis sinistra und dextra verlaufen an der großen Kuvertur, weil das eben das entsprechend längere Wort ist. Das ist also der grobe Verlauf dieser arteriellen Versorgung, so wie ihr das dann später auch in einer Prüfung kennen müsstet. Der venöse Blutabfluss ist dabei grundsätzlich so geregelt, dass wir das Ganze im Fortader-Kreislauf finden. Das heißt, dort ranieren sie das venöse, nährstoffreiche Blut des Magens. Grundsätzlich haben wir die Vena gastrica dextra und gastrica sinistra, die von der kleinen Kuvertur kommen und dann entsprechend in die Vena portae verlaufen. Und zudem haben wir noch die Vena gastro-mentalis dextra, die in die Mesenterica superior abläuft. Und außerdem die Sinister, die in der Regel in der Vena splenica dann entsprechend verfließt. Also das, der venöse Blutabfluss, die Dünftgefäße, hatten wir ja gerade schon einmal erstmalig eingestellt. Nochmal hier der kurze Hinweis, warum wir keine Bilder nutzen können. Wir können leider keine lizenzrechtlichen Bilder von den entsprechenden Verlagen uns kaufen. Dementsprechend, falls ihr Bilder braucht für die arterielle Versorgung, venösen Blutabfluss, Gefäßversorgung, aber auch die kommenden Themen, dann ist es sicherlich hilfreich, wenn ihr euch das einfach mal parallel in eurem Atlas aufschlagt. Falls ihr noch keinen Atlas habt oder aber auch noch ein kleines Kurzleibuch braucht, die Links in der Videobeschreibung, das ist jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, können euch da sicherlich zu dienen. Abschließend kommen wir jetzt noch einmal zu einem sehr einfachen Thema, nämlich der Funktion. Das heißt, bei der Funktion ist es relativ offensichtlich, was wir hier vorfinden. Die Funktion des Magens ist, dass die Speisen aufgenommen werden. Das heißt, die werden aus dem Oesophagus aufgenommen für zwei bis circa vier Stunden. Das hängt immer ein wenig von der entsprechenden Nahrungsaufnahme ab. Und ganz interessant ist, dass die Umwandlung in den Speisebrei hier stattfindet, also eine zentrale Aufgabe bei der Verdauung. Hier haben wir dann die Entstehung des Speisebreis. So wird er umgangssprachlich genannt. Der Fachbegriff ist in dem Fall Schymus. Dabei entsteht das durch die Sekretion von HCL und Schleim. Und ganz wichtig, dass dadurch dann der typische Magensaft produziert wird, der ein saures Milieu kreiert. Wir haben dann pH von circa 1 bis 3. Und dann findet die Weiterverwaltung der Nahrung statt. Und entsprechende Keime werden abgetötet. Der Weitertransport, wie wir hier auch beschrieben haben, der dann ins Duodeonum stattfindet, entsprechend der anatomischen Gliederung, die wir euch ja bereits erklärt haben, findet dann mit der Kontraktion der glatten Muskulatur statt. Das heißt, diese glatte Muskulatur ermöglicht den Weitertransport mittels einer Kontraktion. Und dementsprechend verläuft dann die Speise aus dem Oesophagus nach 2 bis 4 Stunden entsprechend weiter. Und damit soll es jetzt auch zu der makroskopischen Betrachtung gewesen sein, die wir hier stattfinden lassen haben. Und jetzt leiten wir über in den zweiten Teil der histologischen Betrachtung des Magens. Und damit gehen wir jetzt über zu der histologischen Betrachtung des Magens. Bei dieser Betrachtung des Magens geht es dabei grundsätzlich um die vier wichtigen Themen Wandaufbau, Kadia, Fundus und Korpus sowie Pylorus. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Wandaufbau. Grundsätzlich möchten wir vorweg darauf hinweisen, dass wir leider keine Rechte an histologischen Präparaten, entsprechend auch nicht an den entsprechenden Bildern haben. Falls ihr die braucht, um bestimmte Sachen zu verstehen, was in der Histologie ja immer wichtig ist, dann wäre es durchaus sinnvoll, sich parallel vielleicht ein entsprechendes Präparat aufzumachen. Wir stellen euch jetzt aber grundlegend erstmal den Wandaufbau vor. Der Wandaufbau, der Wand des Magens, ist zwischen drei bis zehn Millimetern dick und dementsprechend eine ganz typische Größenordnung. Dabei orientiert sie sich grundsätzlich an den entsprechenden Grundgegebenheiten, die wir im Verdauungstrakt vorfinden können, im Magendarmtrakt. Und dementsprechend erwarten uns in diesem Fall keine großartigen Besonderheiten beim Wandaufbau. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir die Tunica muscularis vorfinden. In dieser Tunica muscularis findet sich dabei der Plexus myentericus vor. Die Tunica muscularis unterteilt sich dann grundsätzlich in das Stratum longitudinale, Stratum zirkulare und das Fibre oblique. Das Fibre oblique sind dabei schräge Muskeln, die schräg nach vorne ziehen und dementsprechend eine Schrägmuskulatur hier vorfinden lässt. Dann haben wir beim Stratum zirkulare eine Ringmuskulatur und beim Stratum longitudinale haben wir eine entsprechende Längsmuskulatur. Dann finden wir die Tela submucosa vor. Die ist insofern wichtig, als dass wir in dieser Tela submucosa den Plexus submucosus vorfinden. Wichtig ist dabei, dass ihr grundsätzlich zwischen den Begriffen Tunica und Tela unterscheidet. Häufig wird das nämlich in Prüfungen falsch gemacht. Das heißt, dass hier einfach grundsätzlich nur gesagt wird Tunica muscularis, Tunica submucosa, Tunica mucosa. Das ist falsch. Dementsprechend achtet darauf, dass es die Tela submucosa ist. Dann kommen wir zur Tunica mucosa. Die Tunica mucosa besteht dabei grundsätzlich aus der Lamina muscularis, der Lamina propria und der Lamina epithialis. Und dann haben wir noch die Foveoli gastricae sowie auch die Aregastricae. Die Aregastricae sind letztendlich, wie der Name schon vermuten lässt, felderförmige Areale. Die sind dabei begrenzt durch einzelne Furchen. Und dann haben wir noch die Magengrübchen, nämlich die Foveoli gastricae. Die kann man auf diesen einzelnen Aregastricae erkennen. Und die sind dementsprechend durch Einsinkungen der Magenschleimhaut entstanden. Und im ganzen Magen, und das ist sicherlich nochmal histologisch sehr wichtig, ist das Epithel einschichtig zylinderisch. Den Aufbau hatten wir euch ja gerade schon in der entsprechenden anatomischen Gliederung dargestellt. Kommen wir nun zu dem nächsten Teil. Und zwar kommen wir jetzt zu der Cardia. Bei der Cardia ist es so, dass wir grundsätzlich die Parscardia vorfinden. Das ist ein schmaler, ringförmiger Schleimhautstreifen am Mageneingang. Und ganz wichtig, und das muss hervorgehoben werden, ist, dass hier die Ablösung der zweischichtigen Tunica muscularis, der Speiseröhre, also das Oesophagus, mit der dreischichtigen Tunica muscularis von dem Magen stattfindet. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir hier eine Ablösung dieser Strukturen haben und dass wir hier das mehrschichtige, unverhornte Plattenepithel haben und das entsprechend sich dann in das einschichtige Epithel des Magens verändert. Das heißt ganz wichtig, das mehrschichtige, unverhornte Plattenepithel wird zu einem einschichtigen Epithel. Bitte entschuldigt hier den Rechtschreibfehler in unserer Folie. Außerdem, und das ist warum der Übergang von Oesophagus zum Zircadia immer wieder abgefragt wird und gerne auch Bestandteil von entsprechenden Prüfungen ist, ist, dass wir hier die Ora Serata vorfinden, beziehungsweise die Z-Linie. Das ist dabei der Übergang zwischen diesen beiden Epithelien und dementsprechend kann man das Ganze natürlich sehr schön histologisch betrachten. Die Ora Serata ist dabei histologisch nicht nur besonders interessant, weil wir eben hier den Übergang der entsprechenden Epithelien vorfinden. Nein, wir finden hier auch entsprechend eine sehr interessante Struktur vor, die histologisch, aber eben auch klinisch sehr relevant ist. Deswegen ist es gerne auch Bestandteil von Prüfungsfragen. Also hier merken, der Übergang von Oesophagus durch die Ora Serata zum Magen ist ab Zahnreihe 36 bis 40 cm abwärts gelegen. Kommen wir nun zum Fundus und Korpus. Der Fundus und Korpus besteht aus bis zu sieben tubulösen Magendrüsen. Das heißt, diese tubulösen Magendrüsen münden jeweils, oder dort münden jeweils die Foveole gastrique und sie finden sich dann entsprechend in der Glandule gastriarchae propria propria vor. Und ganz wichtig ist, dass die unverzweigten Drüsen entsprechend größtenteils gestreckt bis zur Lamina muscularis mucose verlaufen. Wichtig ist außerdem, dass ihr hier histologisch nur selten oder nur ganz wenig Bindegewebe vorfinden werdet. Und das natürlich ein Hauptaussagenmerkmal über das entsprechende histologische Präparat ermöglicht. Das heißt, wenn ihr Fundus und Korpus histologisch vorfindet, dann könnt ihr das typischerweise daran erkennen, dass ihr auch sehr wenig Bindegewebe habt. Und vor allen Dingen folgende drei Hauptzellen, beziehungsweise Nebenzellen und Belegzellen. Die Hauptzellen, die basophilen Hauptzellen, befinden sich typischerweise im Hauptteil der Drüsen und im Drüsengrund, sie enthalten basal sehr viel raus, ER und sitzernieren Pepsinogene, die im apicalen Sekretgranular, also dem sogenannten Zymogengranular, gespeichert sind. Und ganz wichtig ist, dass an diesem Granular dann die Hauptzellen gut zu erkennen sind. Im unteren Bereich des Hauptteils verlaufen dann die Magendrüsen etwas gewundener. Das lässt sich dann typischerweise auch nochmal vorfinden. Dann haben wir die Nebenzellen, die sind relativ klein. Belegzellen, sie finden sich typischerweise im Halsbereich der Magendrüsen vor und ganz wichtig ist, dass sie zwischen den Belegzellen eingekeilt sind und dort dann einen Schleim produzieren, nämlich die Muzine. Und der unterscheidet sich natürlich von dem des Oberflächenepithels und dementsprechend können sie durchaus auch myköse Halszellen genannt werden. Interessant sind jetzt insbesondere die Belegzellen. Sie werden typischerweise auch Parietalzellen genannt. Das haben wir euch auch einmal hier entsprechend aufgeschrieben. Lassen Sie sich sehr schön erkennen daran, dass wir einen großen pyramidenförmigen Aufbau haben. Sie sind meistens dreieckig. Das heißt, sie haben einen kugeligen Kern und weisen mit der Spitze dann zum Lumen der Magendrüse. Außerdem haben wir eine Wölbung in das Bindegewebe und dort lässt sich leicht erkennen, dass sie aufgrund der vielen Mitochondrien sehr eingefärbt sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Eosin vorfinden, ein saurer Stoff, dann ist es typischerweise, dass sie sehr hell rot anleuchten oder aufleuchten. Die Aufgabe der Belegzellen ist dabei die Produktion der Salzsäure und dementsprechend ist so die Garantie vorhanden, dass der Weg in das Magenlupen relativ klein ist. Falls ihr ein elektron-mikroskopisches Bild vorfindet, dann kann man an aktivierenden Belegzellen tiefe Kanälchenförmige Einsenkungen der apikalen Zellmembran erkennen. Und das nennt man dann intrazelluläre Sekretkanälchen, also sogenannte Canaliculi. Und an den Einsenkungen finden sich zahlreiche Mikrovilli. Das ist insofern interessant, weil dort die H plus Cat plus ATPase vorzufinden ist. Und damit soll es es auch zum Fundus und Korpus gewesen sein. Beim Pylorus ist es jetzt wichtig zu beachten, dass dieser Pylorus durchaus breiter ist als die vorherig vorgefundene Parscadiaca. Das ist und anderem dann wichtig, wenn man das im histologischen Vergleich sich anguckt, aber auch wenn man bestimmte Präparate sich bestimmen muss. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Parspylorica am Magenausgang liegt, entsprechend des Namens und am Übergang zum Duodenum sich vorfindet. Das heißt typischerweise, wenn ihr das in der Prüfung vorfindet, dann wird hier ein Übergangspräparat genutzt, also vom Pylorus zum Duodenum. Und dabei finden sich hier einige Foveole vor mit Pylorusdrüsen. Dabei sind das helle Zellen, die dann verzweigt sind. Ganz wichtig ist, dass die deutlich tiefer sind, als wir das vorher finden konnten. Also im Fundus-Korpus-Bereich, wo das durchaus vorzusehen war. Außerdem sind sie natürlich deutlich kürzer, nicht nur deutlich heller, sondern auch deutlich kürzer. Außerdem finden wir in der Parspylorica dann auch entsprechende Endokrinezellen vor, insbesondere G-Zellen. G-Zellen, warum der Name? Naja, sie produzieren Gastrin. Dementsprechend ist es auch relativ einfach, sich zu merken. Außerdem haben wir hier eine deutlich ausgebildetere Tunica muscularis. Das führt dazu, dass wir hier also einen kräftigen Ringmuskular haben. Und das ist ein Spinkter, der hier deutlich besser ausgebildet ist. Außerdem haben wir eine mittlere Schicht des Stratum zirkulare, die im Pylorus-Bereich auch deutlich verdickt ist. Und das führt dazu, dass wir den Muskuspinkter Pylori vorstellen.